Wir sprechen nicht über das innerliche Schweinehund, aber wir sprechen über den Motifant. Der Motifant, der macht die Bewegung, der hat die Kraft und sorgt dafür, dass das innerliche Schweinehund sich still bewegt in die Ecke vom Kopf. Das ist das Leben, der Kampf zwischen diesen zwei Tieren da oben im Kopf. Wenn man sich selber dieser Motifant erwacht, dann fühlt man sich jeden Tag voller Begeisterung, voller Kraft, voller Energie. Ist man nicht müde, ist man nur gerichtet auf das Ziel. Und das Ziel ist die Verbesserung des Lebens. Es geht nicht um das Erreichen vom Ziel, aber jeden Schritt, den man weiß, das bringt Erfolg zu deinem Körper, zu deinem Geist, zu deinem Seele. Das gibt die Begeisterung. Und das ist, was die meisten Leute suchen. Yes!